Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen, zur letzten Folge Fitness-Challenge. Ja, bisschen demotiviert. Also wir haben nochmal über alles nachgedacht und das wird euch jetzt, wie wir einmal eben erzählen. Ja, wir saßen gestern zusammen auf dem Balkon und haben so ein bisschen philosophiert über die nächsten Folgen, also was wir jetzt generell machen sollen. Und irgendwie, nachdem wir ein bisschen länger darüber gesprochen haben, zum Entschluss kommen, dass wir ehrlich gesagt gar nicht so sehr Bock auf das Projekt haben. Also wir empfinden es selbst als ziemlich harte Arbeit und da wir beide jetzt auch eher so Zocker sind, die lieber irgendwie zu Hause auf dem Schreibtischstuhl sitzen und da irgendwie, keine Ahnung, GTA, Fortnite, Rainbow Six oder so zocken. Wenn wir jetzt zum Entschluss kommen, dass wir das Projekt hier mit vorzeitig abbrechen und lieber unseren anderen Leidenschaften nachgehen, ist jetzt vielleicht hart, da das Projekt auch erst jetzt vor kurzem angefangen hat. Aber wir beide sind sehr zufrieden mit der Entscheidung. Wir wollen uns jetzt auch nicht irgendwie quälen oder so, wenn wir uns irgendwas aufzwingen, nur für irgendein Projekt oder so auf YouTube. Deswegen hoffe ich, dass wir euch trotzdem eben so einen kleinen Wegweiser geben konnten in die Richtung Sport und Ernährung. Auf jeden Fall. Vielleicht starten wir das Projekt ja irgendwann nochmal neu, wenn wir motivierter sind. Aber aktuell ist es leider einfach nicht möglich für uns. Ja. Scheiße, Mann. Das soll man dazu sagen. Es ist halt einfach so. Ich habe in den letzten zwei Wochen auch während des Projekts ungefähr 1,5 Kilo abgenommen, aber auch 4 Kilo wieder zugenommen. Es macht halt einfach alles keinen Sinn, keine Motivation und ja. Das war es dann. Ich würde sagen, ich kriege den Döner essen. Auf jeden Fall, Leute. Macht's gut. Für auch erst. Für auch erst.